Das Hotel Laurel Poing liegt in Victoria in British Columbia. Das Hotel Laurel Poing ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die vier Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,7 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur vier Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Saubere, geräumige Zimmer mit guter Ausstattung. Die Gäste sind rundum zufrieden mit den Zimmern des Hotels und vergeben eine Top-Bewertung von 6 von 6 Sonnen. Service. Der Service des Hotels ist überragend, was sich besonders in der Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Personal widerspiegelt. Gäste bewerten den Service mit 6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels, sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,7 Sonnen von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.